Folkbär steht jetzt auch schon in den Startlöchern, oder? Genau, das ist die Gruppe Nummer 11 hier. Das ist ein vielfältiges und interkulturelles Orchester aus Berlin, die auch sehr coole Kostüme gemacht haben. Die waren nämlich auch bei einem Upcycling-Workshop des KDKs dabei und haben danach Hüte gebastelt für unsere ganzen Gruppen. Und ich erläuter mal ganz kurz, was das Folkbär-Orchester ist. Es ist nach einer Idee aus Tübingen, soweit ich weiß, entstanden in Baden-Württemberg. Und sie treffen sich einmal in der Woche. Jeder, der Bock hat und ein Instrument kann oder singen kann, der kann dorthin kommen. Und dann proben sie jede Woche ein neues Lied. Und wie das klingt, das hören wir jetzt. » Kickstarter – »Kartier – » »Kartier – » »Kartier – » Musik Folkbär aus Berlin, ein interkulturelles Orchester, wo sich auch Menschen aus verschiedensten Ländern und Kulturen zusammenfinden. Musik aus der ganzen Welt einstudieren und ihre Füte haben sie gebastelt aus alten Schaumstoffteilen, alten Gardinenteilen, was man halt noch zu Hause hatte.